Egal wo du hinsiehst, überall sind Krisen. Aber du bist nicht allein, denn es gibt uns. Die ÖH. Wir sind die österreichische Hochschülerinnen und Hochschülerschaft. Wir sind die Stimme der Studierenden. Wir kämpfen für bessere Studienbedingungen, offene Hochschulen und die Rechte der Studierenden. Wie wir das machen? Mit deiner Stimme. Denn die ÖH wird von dir gewählt. Sie besteht aus drei Ebenen und steht dir sowohl auf Bundesebene als auch direkt vor Ort zur Seite. Zum Beispiel mit Informationen zu Hilfen und Anlaufstellen, sowie zahlreichen Services, die dein Studierendenleben erleichtern sollen. Bei Problemen mit ungerechter Behandlung durch Lehrende oder Schwierigkeiten mit dem Curriculum helfen wir dir und stehen beratend an deiner Seite. Gemeinsam schaffen wir Veränderungen und bessere Bedingungen für dein Studium. Vote today. Shape tomorrow. Weil's nicht wurscht ist, ob du wählst.